Kaffee-Hafer-Flocken 1 Guten Morgen, sagt sie und stellt ihre violette Klappkiste auf den Tisch des Gruppenraums. Sie schaut sich um, sieht ausdruckslose Gesichter, hohle Augen und Augenringe, die meisten aber haben den Blick gesenkt. Wie geht es Ihnen heute? Versuchen Sie, mich anzuschauen, wenn Sie etwas sagen. Geht es Ihnen nicht gut? Wenn es Ihnen zu schlecht geht, müssen Sie heute auch nicht mitmachen. Heute machen wir Kaffee, sagt sie und fängt an, Kaffeemühlen, Kaffeebohnen, Filter, Halter und Tassen auszupacken. Es gibt kein richtig und falsch. Alles, was Sie tun, ist richtig. Bleiben Sie im Jetzt. Nehmen Sie wahr, aber bewerten Sie nicht. Es ist nicht schlimm, wenn etwas nicht klappt. Es ist nicht schlimm, wenn nicht alles klappt. Ich mag aber keinen Kaffee, sagt eine junge Frau, die auf ihre Hände hinunterschaut. Kein Problem, Sie müssen den Kaffee nicht trinken, es geht nur um die Zubereitung, sagt sie. Ich trinke den gern, sagt eine ältere Frau, die es immerhin schafft, sie anzusehen. Vielleicht würde ihr dieser abgenutzte 80er Jahre John Kabat-Zinn-Mist auch auf den Keks gehen, wenn sie hier Patientin wäre. Es ist nur so, dass er, zumindest theoretisch, hilft. Klar, die Rhetorik könnte modernisiert werden, damit nicht alles so schrecklich späthippiemäßig wirkt. Und die Patientinnen, die schon eine ambulante Therapie hinter sich haben, haben das sowieso alles schon hundertfach gehört. Wie wichtig es sei, im Jetzt zu sein. Ihre Gedanken wahrzunehmen, sie aber nicht zu bewerten. Sie zu akzeptieren. Als etwas, das ihnen wahllos in den Sinn kommt, sich aber nicht damit zu identifizieren. Sie ziehen zu lassen, nicht in Grübelschleifen zu geraten. Ich habe diesen Gedanken, ich bin nicht dieser Gedanke. Zwei. Akademikerinnen, die eine Rosine betasten, an ihr riechen, sie in den Mund stecken, mit der Zunge ihre Oberfläche befühlen, ihren Geschmack wahrnehmen. Aus Honig und Salz ein Peeling herstellen. Oder eine Orange auspressen und jeden Schritt beschreiben. Die Textur der Schale. Wie das Messer durch die Frucht gleitet. Wie das Fruchtfleisch knistert, wenn man die Orange vor dem Ohr zusammendrückt. Wie sie riecht. Wie sie schmeckt. Jedes Mal, wenn sie die Übung mit den Orangen macht und die Küchenmesser verteilt, hat sie Angst, dass etwas passiert. Nicht gleich hier, mit dramatischer Geste und Blutfontänen aus Handgelenken. Aber was, wenn sie nicht alle Messer zurückbekommt und es ihr erst auffällt, wenn es schon zu spät ist? Dann ist sie schuld. Wenn ich besser aufgepasst hätte, dann... Wenn ich eine andere Übung gemacht hätte, wäre... Wenn ich die Orangen einfach selbst aufgeschnitten hätte, könnte... Die Gedanken beginnen, wenn sie ihre Klappkiste packt. Sie wiegt jedes Messer einen Moment lang bedächtig in der Hand, als könne sie es beschwören, sich nicht missbrauchen zu lassen, als belege sie es mit einem Zauber, der es ihm verbietet, gegen einen Menschen verwendet zu werden. Bisher ist nichts passiert. Manchmal ertappt sie sich bei dem kindlichen Trotz, den sie auch an ihren Patientinnen beobachten kann und stellt sich die Frage, warum man psychische Erkrankungen nicht einfach operieren kann. Vorgespräch, Anästhetikum, OP, Aufwachraum, Chefärztin-Visite, fertig. Die Operation ist gut verlaufen. Wir haben die Depression entfernt. Ein bisschen Reha und sie sind wieder wie neu. Sie hatten Glück. Ihre Zwangsstörung hatte noch keine Metastasen gebildet. Wir haben alles erwischt. Ihre Prognose ist sehr gut. Aber man kann psychische Erkrankungen nicht operieren. Und verstehen kann man sie auch nicht, zumindest nicht richtig. Es ist klar, wie man ein gebrochenes Bein, Rheuma oder Bluthochdruck behandelt. Aber Depressionen? Zwangsstörung? Sozialphobie? Angststörung? Borderline? Bipolarität? Die Psyche ist so viel komplizierter als eine schöne, glatte Fraktur des Schädels, hat sie bei Sarah Kuttner gelesen. Man kann nicht einfach amputieren oder gesünder essen. Warum eigentlich nicht? Denkt sie. Vier Sie gibt sich Mühe, sich in ihre Patientinnen einzufühlen. Doch die Theorie reicht nur bis zu einem bestimmten Punkt. Immer wieder stellt sie fest, wie viel mehr es ihnen bringt, wenn sie mit anderen Patientinnen reden, die die gleiche Erkrankung haben. Sie fühlen sich plötzlich verstanden, weil da jemand ganz genau weiß, wie es sich anfühlt und das Krankheitsbild nicht nur studiert hat. Ihre Patientinnen reden nicht nur über den Krieg wie Historikerinnen, die in verstaubten Archiven vergilbte Akten gewälzt haben. Sie sind Soldatinnen in Schützengräben. Schwestern im Kampf, Seite an Seite, Schildmeiden auf dem Schlachtfeld. Nur, dass die meisten von ihnen schon vor langer Zeit die Waffen gestreckt haben. Und die, die noch kämpfen, sind müde angesichts der Feinde, die sie Welle um Welle überrollen. Die Erkrankung befällt ihre Rüstungen wie Rost, zerfrisst ihre Klingen wie Säure, schwächt ihre Schwertarme wie Gicht, dringt in jeden Winkel ihrer Seelen ein wie ein Fluch. Fast nichts ist mehr da, fast alles weit weg. Zurück bleibt nur ein Schatten. Hohleugig, leer, apathisch. Es geht nichts mehr. Altgewordene Kriegerinnen, die dreuende Geschichten erzählen, von der Kälte des Stahls, von all dem Blut, das sie vergossen haben, von den Schreien und dem Wehklagen, von all den Wunden und Narben, von den Gefährtinnen, die sie verloren haben, diejenigen, die nicht zu retten waren. Sie erzählen davon, den Schnitter gesehen zu haben, so oft, dass er ein alter Freund wurde. Ein alter Freund, der zu ihrer letzten Verabredung auf dem Schlachtfeld einfach nicht aufgetaucht ist. Und doch, trotz all der Dunkelheit, liegt in dem Wissen darum, nicht allein zu sein, Trost. Immerhin das. Fünf. Aber auch nicht für alle. Es passiert nicht am laufenden Band, aber hin und wieder nimmt sich eine ihrer Patientinnen das Leben. Sie weiß, dass sie nicht verantwortlich ist. Aber sie kommt auch nicht umhin, sich zu fragen, ob sie es hätte verhindern können. Ob sie die Zeichen nicht hätte sehen können oder aufmerksamer hätte sein müssen. Sie hat aufgehört, sich zu fragen, wie sie selbst mit einer solchen Krankheit fertig werden würde. Sie weiß es nicht. Sie weiß nicht, ob sie stark genug wäre, das auszuhalten. Sie weiß nicht, ob auch sie sich fragen würde, warum ich? Was habe ich denn getan, dass ich das hier verdiene? Sie weiß nicht, ob sie darüber verzweifeln würde. Sie macht ihren Job. Achtsamkeitstraining. 80er Jahre John Kabat-Zinn-Mist, der trotz aller Klischees, zumindest theoretisch, hilft. Einmal die Woche gibt sie ihr Bestes, ihre Patientinnen, wenn auch nur für einen Moment, aus ihrer Verzweiflung herauszubekommen. Holt Orangen, Rosinen, Honig und Salz oder was auch immer aus ihrer Klappkiste und versucht, jede Patientin mit jedem Schritt der Übung immer wieder zurück ins Jetzt zu führen. Raus aus dem Grübeln und den Sorgen. Raus aus Strudel, Spirale, Tunnel und Abgrund. Und vielleicht, das sagt sie sich an schlechten Tagen, denn, Überraschung, auch gesunde Menschen haben mal einen schlechten Tag, vielleicht bewirkt ihre Arbeit etwas. Hin und wieder, nicht sehr oft, eigentlich selten, so gut wie nie, bekommt sie einen Brief oder eine Postkarte von einer ehemaligen Patientin, die sich bedankt, schreibt, dass es ihr besser gehe, dass sie Achtsamkeitstraining mit in ihren Alltag genommen habe und ihn sich gar nicht mehr ohne vorstellen könne. Und dass sie sich immer noch nicht erklären könne, wieso es plötzlich so schlimm wurde, dass... Nehmen Sie sich eine gute Handvoll Kaffeebohnen und geben die Tüte dann bitte weiter, sagt sie, nachdem alles verteilt ist und sie Wasser in den Kocher gefüllt hat. Sie können sie auch schon in Ihre Mühle füllen. Das Ergebnis kennt sie schon. Die Handmühlen machen aus den Bohnen kein Pulver, sondern eher Körner, die in etwa so groß sind wie feine Haferflocken. Eine Patientin malt die Bohnen sogar zweimal, aber merklich feiner wird der Kaffee dadurch nicht. Und, wie riecht es? fragt sie, als alle kochendes Wasser über die Kaffeehaferflocken gegossen haben. Nicht wirklich nach Kaffee, sagt die Patientin, die zuvor sagte, sie würde den Kaffee ihrer Mitpatientin trinken. Und er sieht so dünn aus, sagt eine andere, als sie nach dem Aussehen fragt. So schmeckt er auch, sagt wieder die Erste, nachdem sie probiert haben. Und, wie war heute für sie? Wie haben sie sich dabei gefühlt? Wie ging es ihnen am Anfang der Stunde und wie geht es ihnen jetzt? Sie räumt die Mühlen zurück in ihre Klappkiste, während die Patientinnen die benutzten Kaffeefilter in den Mülleimer werfen und Halter sowie Teetassen durchspülen. Sie lassen sich ihre Anwesenheitslisten abzeichnen, dann verlassen sie nach und nach den Raum. Einige sehen etwas besser aus, als zum Beginn der Stunde, denkt sie, weiß aber nicht, ob sie sich das nur einbildet. Wie geht es Ihnen? sowie Wie geht es Ihnen? Sie sehen uns, wenn es Ihnen mehr sein, Sie können aber nicht so schön, Vielen Dank.